Hallo liebe Tierfreunde, heute brauchen wir eure Hilfe bei einem traurigen Fall. Vor kurzem wurden sechs kleine Kätzchen einfach in zwei Kartons gesteckt und vor der Tür unseres Tierheims in Unterhainsdorf ausgesetzt. Glücklicherweise war es nicht so kalt und die Kartons hatten Löcher, aber es geht den Kleinen nicht gut und sie haben Durchfall. Alle sechs müssen nun vom Tierarzt behandelt, danach noch entwurmt, geimpft und kastriert werden. Das kostet eine Menge Geld. Indem ihr eine Start-ins-Leben-Patenschaft für eines oder mehrere Kätzchen übernehmt, hilft ihr uns diese Aufgabe zu bewältigen. Der Pate darf seinem Schützling einen Namen geben und garantiert ihm die bestmögliche Versorgung. Also fasst euch ein Herz und hilft uns den Kleinen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. So, das war es auch schon für heute. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Tieren helfen ist mein Job, dafür will ich auch kein Lob. Ich helf den Tieren, wo es geht, helf doch mit Sis nie zu spät. Zusammen kriegen wir das hin, Tieren helfen, das macht Sinn.